Die elektromagnetische Artikolographie ist eine Methode zur Erfassung der Bewegungen unserer Sprechwerkzeuge wie Lippen und Zunge. Sie ist wichtig für die Erfassung der Sprechmotorik. Unsere Sprechbewegungsmuster sind erlernt. Die Art der Koordination liefert einen Einblick in die zugrunde liegenden linguistischen Strukturen. Eine Sequenz wie Glee würde beispielsweise bei einem Sprecher des marokkanischen Berber als zwei Silben realisiert werden und bei einem deutschen Sprecher als eine Silbe. Diese Silbenzugehörigkeit können wir in der Koordination der Sprechwerkzeuge ablesen. Es ist, wie Louis Goldstein gesagt hat, ein Tanz der Zunge. Und die ausgeführten Tanzschritte unterscheiden sich je nach Phänomen und Sprache. Die Art, wie sich die Artikulatoren bewegen, stellt also ein Fenster zur linguistischen Struktur dar. Und diese Muster können wir mit der Artikolographie quantifizieren. Vorbereitungen und Funktionsweise des Geräts Der Artikolograph erzeugt ein schwaches elektromagnetisches Feld. In diesem Feld bewegen sich die Senderspulen, die auf verschiedene Positionen geklebt werden. Der Abstand zwischen den Senderspulen und Empfängerspulen kann gemessen werden, sodass man die Bewegungen der Artikulatoren verfolgen kann. Das Sprechen mit den Spulen im Mund ist nach einer kurzen Eingewöhnungsphase unproblematisch. Die Bewegungsbahnen der Spulen können nachverfolgt und digitalisiert werden. In einer Experimentsituation versuchen wir, natürliche Satzproduktion zu elizitieren, um möglichst natürliche Bewegungsmuster zu erhalten. Beispielsweise bitten wir die Versuchspersonen, Fragen zu beantworten oder eine Art Spiel zu spielen. Das artikulatorische und akustische Signal kann in einem Programm betrachtet und bearbeitet werden. So kann markiert werden, wo die artikulatorische Geste beginnt und wo sie ihr Ziel erreicht. Außerdem lässt sich errechnen, welche Strecke der Artikulator, hier die Zungenspitze, zurücklegt und welche Geschwindigkeit er aufnimmt, um in die Position für die Lauterzeugung zu gelangen. Anhand dieser Messverfahren können wir Rückschlüsse über Eigenschaften der Sprechmotorik und über linguistische Strukturen erhalten. Vielen Dank.